Einführung, Übersicht. Ihr wisst ja, ich bin tätig in den Bereichen Immobilienfotografie, Portraitfotografie und Sachfotografie. Ich zeige euch ganz kurz meine Seiten. Das ist Wortbild.at. Hier seht ihr verschiedene Projekte im Immobilienbereich. Da, wo ich Wohnungen aufnehme, wo ich fotografiere, wo ich Drohnenvideos, Drohnenfotos anbiete und virtuelle Präsentationen. Dazu im zweiten Teil meiner Präsentation mehr. Portraitfotografie ist der andere Bereich, große Bereich, den ich mache. Egal, ob es Männer, Frauen oder Familie ist, ob es Gruppenreportage oder mein Lieblingsbereich Personal Branding ist. Im Sachfotobereich hier einige meiner Lieblingskunden, allen voran die Konditorei Hübler, wo ich Torten, Sandwiches und alles andere fotografiere. Leansky Accessoire ist ein Herenausstatter, Lifecube Aquarien, Aquarien, wie der Name schon sagt, afrikanische Kunst, eine Kunstgalerie, ein Künstler, Martin Ammerbauer, den ich seit über einem Jahrzehnt begleite mit all seinen Arbeiten. Oregano Systems, das sind Elektronikbauteile. Bentley Cuccine sind Steinküchen. Wer mich finden will, findet mich auch auf Instagram unter Wolfgang R. Fürst. Würde mich freuen über ein paar mehr Follower noch. Ja, ich habe mein Archiv geplündert aus den letzten fünf Jahren, wo ich bei BNI bin. Und sorry, falls ich jemanden vergessen habe, aber es waren eine ganze Menge. Und sorry auch dafür, ich gehe das jetzt ziemlich schnell durch. Das war das erste Foto, das ich verkauft habe, nach irgendwie drei Monaten BNI. Vater und Sohn, Porträt, Josef Miletich von, glaube ich, der Firma Senft damals. Kurt Ecker, der Vermögensplaner der Apokalypse, fast lächelnd. Bernhard Buckel, jung, frisch, dynamisch. Franz Lind, der Immobilienmakler unseres Vertrauens. Vertrauens. Christoph Charnet, der Rechtsanwalt, mit dem man sich nicht anlegt. Hoppala. Andrea Müller-Moretz, unsere Steuerberaterin. Barbara Safka, Marketing on Demand. Und den kennt ihr auch. Matthäus Simczyk, unser weltmeisterlicher Reinigungsbeauftragter. Andreas Dinesch, Vulgo, Dr. Hartl. Martin Schwarz, New Motion, gerade noch BNI. Megan Katz, Chermisch. Matthias Nacke, der Mann für die Infrarotheizung. Christoph Zasch, Werbetechnik Wien. Und hier noch ein Bild, das ihm nicht gefallen hat, aber mir sehr. Man kann natürlich, Thomas Uwacek, Scharnreitner von der Spartakus Personalberatung. Man kann natürlich nicht nur bei den Kopfporträts bleiben, sondern man kann bei diesen Terminen wesentlich mehr in die Bilder mit hineinnehmen. Also Gruppenfotos von der ganzen Firma zum Beispiel. Was ich besonders gern fotografiere, sind Menschen bei der Arbeit oder im Rahmen ihrer Arbeit. Nikke Westhauser von Stadtgutarchitekten. Hier auch noch ein Bild von Christian Steuerer. Paketsteurer, das ich drei Monate vor seinem Tod damals aufgenommen habe. Er wollte sich nicht fotografieren lassen, aber ich habe für ihn den Heidensaal im Schloss Esterhase aufgenommen und ihn gezwungen, hier einmal stehen zu bleiben. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Gerald Blaise, mein Lieblingsschloss, Same Chapter. Hier haben wir richtig Action gemacht, viele Blitze aufgestellt, im Raum verteilt, Metall geschnitten. Hier hatten wir wirklich viel Spaß. Aus der Nähe betrachtet ein Mann von echtem Schrot und Korn. Aber er macht auch ein gutes Bild im Studio. Auch das ist einer, mit dem man sich nicht anlegt. Christian Hetterich. Fast seriös. Besonders gefällt mir, wenn es mir gelingt, ein bisschen mehr in die Bilder mit hineinzubringen und wenn man mir die Möglichkeit dazu gibt, ein bisschen mehr zu machen. Personal Branding. Hier mit Michael Siller. Ein etwas breiteres Spektrum an Fotografie. Und wenn man jemand ist, der ein bisschen out of the box denkt, dann muss man das auch in seinen Bildern zeigen. Verschiedene Situationen. Und wenn man wie er die Übersicht hat und den Weitblick, dann kann man das auch im Bild festhalten. Hier unsere Fußpflegerin und Kosmetikerin mit ihrer Tochter und hier mit ein bisschen mehr Action im Bild. Reinhard Grechler. Ein wunderschönes neues Büro. Auch das kann man in Bildern gut festhalten. Hier ein besonderes Bild im Sinne von, es ist zusammengesetzt aus vier Einzelbildern vor weißem Grund freigestellt für einen weiteren Hintergrund. Hier dasselbe. Herbert Berger von Teamsport Marketing. Das ist sozusagen auch die Vorbereitung für den Einbau in ein weiteres Bild. Der schönste Keterer von Wien mit dem schönsten Team. Drei einzeln fotografierte Porträts, gemeinsam zusammengefasst durch einen gemeinsam verlaufenden Hintergrund. Hier das Startbild von der Homepage-Seite von Teuer und Bundset. Auch getrennt aufgenommen, gemeinsam präsentiert. Und hier eine Version, die dann nicht ausgewählt wurde, die mir aber sehr gut gefallen hat. Das neueste Projekt von Teuer und Bundset, das Salettl in Prater. Hier extra ausgeleuchtet die einzelnen Personen, der ganze Raum und hinzugefügt das Logo in dem eigentlich sonst schwarzen Bildschirm. Es geht auch anders. Andreas Gruis. Rapper Sozial. Und meine Fotos verwendet in den Covers seiner CTS. Gute Fotos können überall entstehen, so wie zuletzt am Grillfest. Oder gestern. Hallo Niki, das Foto kennst du noch nicht. Oder letzte Woche im Blumengeschäft mit Wilma Nowak. Und das ist auch gleich die Überleitung zu einem zweiten Bereich jetzt. Moment. Komme ich dorthin. Einmal, zweimal, dreimal. Und zwar zu meinen virtuellen Touren. Dieses Foto, das ihr gerade gesehen habt. So. Kann man auch hier sehen. In der virtuellen Tour ist es möglich, genauso hineinzuzoomen, sich selbstständig zu bewegen. Es geht nach oben. Es geht auch nach unten. Hier kann man das Innere eines Geschäftes überzeigen. Genauso wie auch das Äußere. Diese virtuellen Präsentationen haben viele Möglichkeiten. Von Musik bis hin zum Einbau von Logos, von Textseiten, von Filmen und so weiter. Ich schalte mal kurz rum. Auf ein anderes Projekt, das ein bisschen größer ist. Hier für einen Gewerbeimmobilienmakler eine Übersicht eines Industriezentrums. Man kann sich in diesen Panoramen frei bewegen. Man kann das zum Beispiel über eine Karte auch machen. Man sieht in der Karte ein Radar, damit man identifizieren kann, in welche Richtung man sich bewegt. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, man kann auch hier zum Beispiel als Information ein extra gebautes Video nochmal einblenden. Ich kann Google Maps einbauen mit voller Funktionalität. Ich kann hier Downloadsachen machen, PDF-Broschüren zum Beispiel downloaden. Ich kann den Ansprechpartner noch einmal featuren. Er kann direkt aus der Anwendung heraus, kann man das E-Mail beanspruchen oder auf die Webseite gehen. Da gibt es eine ganze Menge. Hier haben wir noch zum Beispiel eine Veränderung. Die Schrift wurde gespiegelt gegenüber dem Original. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man hier zu den Präsentationen kommen kann. Hier seht ihr die Druckwerkstatt von Hans-Anton-Kober. Und was ich hier gemacht habe, ist auch, ich habe ihn eingebaut in das Panorama. Und in seine Firma. Und zum Beispiel auch hier auf der weißen Wand das Logo eingebaut. Ich habe den Überblick über die Zeit verloren, aber ihr seid noch da. Zumindest ein paar sehe ich. Wenn noch jemand Fragen hat oder wünsche, ich höre schon wieder nichts. Immerhin, ich sehe was.